ich begrüße dich wieder ganz herzlich hier auf dem youtube channel der ams firmengruppe zu diesem video zu diesem wichtigen thema es geht nämlich um die sogenannte bauabzugsteuer wie sie umgangssprachlich genannt wird in der amtssprache wird sie als steuerabzug bei bauleistungen bezeichnet die bauabzugsteuer verpflichtet den auftraggeber also den kunden vor dem in rechnung gestellten betrag für bauleistungen grundsätzlich 15 prozent der brutto rechnungssumme also inklusive umsatzsteuer nicht an den auftragnehmer also den leistungserbringer die handwerksfirma zum beispiel auszuzahlen sondern stattdessen ans finanzamt abzuführen die regelungen finden sich wer da interesse hat das nachzulesen unter anderem in paragraf 48 des einkommenssteuergesetzes die bauabzugssteuer betrifft wie gesagt bauleistungen also grob gesagt die herstellung in stand setzung änderung oder auch die beseitigung von gebäuden was fällt nicht darunter zb reine materiallieferungen ohne dass das material vom liefernden weiterverarbeitet wird wenn du dir also material vom baumarkt an die baustelle liefern lässt beim handwerker der die materialien mitbringt und daneben einbaut oder verarbeitet müssen diese materialkosten mit einbezogen werden auch entsorgungskosten vom baumaterial gerüstbau mietkosten von baugeräten oder die anlage von gartenbepflanzungen und die gartenpflege zählen nicht zu den bauleistungen zur unterscheidung was eine bauleistung ist und was nicht gibt es natürlich noch unzählige weitere genaue kriterien und definitionen aber ich möchte dich hier nicht mit zu viel details langweilen sondern dich grundsätzlich für das thema sensibilisieren und nachher auch eine praktikable lösung zeigen so dass du probleme mit dem finanzamt von vornherein vermeidet also bleibt unbedingt bis zum ende dieses videos dabei und wie immer darf auch ein kurzer disclaimer nicht fehlen wir leisten hier natürlich keine steuerberatung sondern berichten aus unserer erfahrung denn wir haben auch schon bauabzugssteuer abführen müssen der gesetzgeber hat bezüglich der höhe der bauleistungen eine freigrenze eingezogen die bauabzugssteuer ist nicht abzuführen wenn die bauleistungen durch den leistenden unternehmer voraussichtlich 5000 euro brutto im laufenden jahr nicht übersteigen wird kleinere aufträge sind also von der steuer ausgenommen was uns zur nächsten frage führt wen betrifft die steuer eigentlich wer kann hier steuerpflichtig werden eigentlich nur unternehmer im sinne des umsatzsteuergesetzes die einen deutschen oder ausländischen bauunternehmer mit der ausführung von bauleistungen beauftragen aber und jetzt kommt der haken diese steuer betrifft auch vermieter die mehr als zwei wohnungen vermieten und damit schließt sich jetzt der kreis zu uns immobilieninvestoren allerdings weiß ich aus gesprächen dass vielen vermietern diese verpflichtung zum steuerabzug bei bauleistungen überhaupt nicht bekannt oder nicht präsent ist deshalb reden wir in diesem video darüber schreib uns doch mal hier in die kommentare ob dir das thema bauabzugssteuer schon in gänze bekannt war oder eben nicht und wenn dir das bekannt war wie du das in der praxis in der kommunikation mit deinen handwerkern erlebt hast wie die reagiert haben wenn du sie darauf angesprochen hast und so weiter selbst wenn du als vermieter aktuell nur ein oder zwei wohnungen vermiet ist und ich die steuer damit nicht betrifft solltest du von der bauabzugsteuer gehört haben und grob wissen worum es geht denn wenn du vermögen mit immobilien aufbauen möchtest wirst du mit der dritten vermieteten wohnung in die steuer hinein wachsen hört sich netter an als zu sagen du wirst mit der dritten einheit steuerpflichtig neben der vorhin angesprochenen freie grenze von 5000 euro hat der gesetzgeber für private vermieter die wirklich ausschließlich einkünfte aus vermietung und verpachtung erzielen netterweise eine höhere bagatellgrenze eingeführt private vermieter wie wir müssen die steuer erst ab einer bauleistung von 15.000 euro ab abführen dann aber natürlich für den gesamten betrag noch mal kurz zusammengefasst die steuerpflicht betrifft die vermieter ab der dritten vermieteten einheit bei bauleistungen über 15.000 euro an einen unternehmer viele steuern sollen ja eine lenkungswirkung entfalten und verfolgen eine bestimmte absicht welchen sinn welchen hintergrund hat also diese steuer hier der gesetzgeber wollte mit der steuer gegen illegale beschäftigung am bau vorgehen bzw diese vermeiden und seinen steuer anspruch sicherstellen es gibt die bauabzugsteuer schon seit 2001 durch die eu-ost erweiterung damals stiegen die fälle von schwarzarbeit am bau und die fälle von nicht zahlung von einkommens und umsatzsteuer durch die baufirmen die bauabzugsteuer sollte helfen das einzudämmen ob diese ziele durch diese weitere bürokratische hürde erreicht werden durch dieses konstrukt oder nicht lasse ich mal offen im prinzip handelt es sich wie dargestellt um eine steuervorauszahlung durch den leistungsempfänger also uns als vermieter für den leistenden unternehmer als den handwerker zum beispiel was kannst du nun tun welche praktikable lösung gibt es um diese steuer und der damit verbundenen bürokratie und diskussion mit handwerkern zu ja zu umgehen oder die steuer zu vermeiden die bauabzugsteuer muss nicht abgeführt werden wenn der beauftragte und leistende unternehmer also der handwerker in unserem fall als vermieter eine sogenannte freistellungsbescheinigung vorlegt diese freistellungsbescheinigungen werden vom finanzamt für einen bestimmten zeitraum ausgestellt ein unternehmer der regelmäßig seinen steuerlichen pflichten nachkommt und eben beim finanzamt vernünftig angemeldet ist und vernünftige vorauszahlungen leistet bekommt von seinem finanzamt auf antrag eine solche bescheinigung ausgestellt die er dir dann vorlegen muss du solltest in jedem fall genau prüfen ob die vorgelegte bescheinigung noch gültig ist dann solltest du die bescheinigung gut aufbewahren damit du diese auf nachfrage und prüfung des finanzamtes eben vorlegen kannst am besten sowohl digital als auch in papierform aufbewahren denn ansonsten ist die konsequenz dass du strafrechtlich verfolgt wirst und wegen steuerhinterziehung sogar angezeigt wirst das ist vielen immobilieninvestoren nicht bekannt außerdem haftest du für 15 prozent der bruttoauftragssumme die du ans finanzamt hättest abführen müssen wenn das unternehmen das für dich gearbeitet hat steuer nicht gezahlt hat und zum beispiel wegen insolvenz da nichts zu holen ist das ist dann doppelt ärgerlich also anzeige wegen steuerhinterziehung und erhebliche zahlungen in der aktuellen phase mit der drohenden insolvenzwelle durch corona ist es auch wirklich ein szenario das ohne weiteres eintreten kann natürlich hast du zivilrechtliche ansprüche an das unternehmen beziehungsweise dann an den insolvenzverwalter aber wenn nichts zu holen ist da gehst du eben leer aus sehr verbreitet ist bei finanzämtern und prüfern auch die ansicht wo eine sache gefunden wird finden wir auch noch mehr es gab dann schon fälle wo die finanzämter listen mit allen beauftragten handwerkern und die jeweiligen freistellungsaufträge dazu verlangt haben das ist dann nicht spaßig sondern sehr sehr aufwendig für dich gerade wenn du größere sanierungen durchgeführt hast deshalb die infos und die warnung hier video mittlerweile hat sich das bei den meisten handwerkern herumgesprochen und meist werden die freistellungsbescheinigungen automatisch mit der rechnung mitgeschickt trotzdem solltest du die steuer im hinterkopf behalten und gerade bei kleineren firmen oder ausländischen firmen solltest du das thema ansprechen mein tipp frage die von dir beauftragten unternehmer bei größeren aufträgen am besten relativ zeitnah nach auftragsabschluss nach der freistellungsbescheinigung so vermeidest du ärger und die unternehmen können sich gegebenenfalls noch eine bescheinigung besorgen falls zum beispiel die vorliegende zeitlich abgelaufen ist wie funktioniert nun die melde und die zahlungsamt finanzamt konkret das kannst du relativ leicht beim finanzamt oder deinem steuerberater erfragen das möchte ich hier jetzt nicht zu detailliert erörtern es gibt dafür auf jeden fall ein formular wie immer beim finanzamt und du musst den einbehalten betrag unter nennung einiger daten des unternehmens für das du abführst bis zum zehnten des folgemonats zahlen wenn dir dieses kurze video gefallen hat dann gibt uns doch gern ein like ein daumen hoch das freut uns und auch den youtube algorithmus und leite das video auch unbedingt an andere investoren und unternehmer weiter weil das thema wirklich unterschätzt wird vielleicht bist du auch zufällig auf dieses video gestoßen hast aber interesse zukünftig alle neuen videos von uns bequem und ohne suchen angezeigt zu bekommen dann lade ich dich ein unseren kanal jetzt hier zu abonnieren und vor allem die benachrichtigungsfunktion die glocke zu aktivieren damit dir jedes video angezeigt wird schön dass du bis hierher dran geblieben bist und vielleicht hast du gemerkt dass wir hier ein älteres video erneut hochgeladen haben das thema ist aber nach wie vor relevant und viele nicht präsent ich wollte zur bauabzugsteuer ein neues video drehen und habe dann gemerkt dass wir dazu schon einen guten beitrag haben und genau wie bei diesem thema gibt es auf unserem kanal aus den letzten jahren viele wertvolle und zeitlose inhalte stöbere doch gern einmal durch und schreib auch gern in die kommentare welche themen dich besonders interessieren und vielleicht können wir dir dazu auch videos empfehlen oder wir drehen in zukunft eines dazu ich bedanke mich auf jedenfalls fürs zuschauen bei dir und wir sehen uns wieder im nächsten video bis dahin alles gute wenn du urlaub bist gute erholung und bis bald dein heiko klaschewski